Äh, was geht jetzt ab? Äh, was machst du da? Haare rasieren? Oh! Äh... Ach so. Was zum... Egal. Ha, benutzen Tierfischmühlekeil. Om nom 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 nom. Mmh, lecker 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 lecker. Ähm... Bestiengestalt. Was ist denn jetzt passiert? Oh oh. Ähm... Ich glaub, ich sollte hier weg. Juhu! Jetzt greifen mich übrigens die Wachen an. Yeah! Jetzt kann ich... den hier machen! So! Dann flüchten nämlich alle von mir und das ist cool. Flüchte! Juhu! Jetzt zerstöre ich euch! Ah, mir wird schwarze Augen! Witzzauber bewirken neben normalen Schaden auch die Senkung der Magikar des Ziels. Wir sind besonders wirkungsvoll gegen Zauberer. Ich weiß. Deswegen setze ich Frost auch nur gegen Krieger ein. Äh... Oh mein Gott, ich bin nackt! Ich muss nicht erst mal wieder was anziehen. Äh... Äh... Das ist schon fast, dass ihr nie mehr... Ja! So! Eure Verwandlung war nicht das, was man einfach nennt. Nee! Aber ihr lebt noch! Gratulation! Offensichtlich! Wir haben sogar eine Feier für euch geplant! Juhu! Eine Gruppe Wehrwolfjäger hat drüben beim Galgenfelsen ihr Lager aufgeschlagen. Ich verstehe. Die silberne Hand! Nein! Ich glaube ihr kennt sie bereits. Ja, ich kenn sie. Wir werden sie alle abschlachten. Jeden einzelnen. Oh, ja. Gerne. Nach euch. Skjör ist bereits als Kundschafter vorgegangen. Oh, das wird mir ne Menge Spaß machen. Was ist gerade passiert? Bin ich jetzt ein Werwolf? Ihr wurdet als Teil des Rudels neu geboren, Bruder. Fast beneide ich euch. Das erste Mal ist immer am intensivsten. Ihr habt uns sogar mehr Schwierigkeiten bereitet als damals Farkas bei seiner ersten Verwandlung. Achso. Wohin gehen wir? Die silberne Hand hat die alte Festung am Galgenfelsen übernommen. Die sind immer herrlich leichte Beute. Okay. Dann los. Töten wir sie. Ich werde euch vernichten. Warum sagst du das zu mir? Du bist meine Begleiterin, Alter. Geigenfelsen entdeckt. Beischauen. Ich hab die mit meinen Verbündeten gemacht. Ja, Sp... Schweine! Schweine! Eigentlich nicht verbessert. Sehr gut. Oh Gott. Ja, schau ich nicht mehr rein. Ich werde dich erst drinnen aktivieren, aber... und sterben, Mann. Sterben! Sterben! Mit aller Kraft werde ich dich vernichten! Zack! Ja! Besuchen! Grund! Besuchen! Grund! Okay... Ich freue mich schon drauf sie zu fressen! Ahahahahaha! Jaahahaha! Auf einmal sind die silberne Handtypen nicht mehr so stark. Die waren noch mal viel stärker. Ich hab mich fast mit allem Schlag gekillt. Das war auch noch cool. Jetzt sind sie auch nicht mehr. Naja, die sitzt ne Stirn. Die wird auf jeden Fall ein bisschen umsehen. und Moment, wo ist die Kette? Ah, hier. In diesem Wolfskopf. Oh Gott. Naja, über die Schmack lässt sich ja bekanntlich streiten. So, jetzt werden wir irgendwo mal ausrüsten. Mal wirkliche Macht ausrüsten. Und Schleiche. Das sind nämlich der Wolfjäger. Den einen werde ich gleich töten. Oh, was war's denn? Was war das? Das ist die Frage, Alter. Zack! Ist da noch einer? Ja. Ähm. Offensichtlich. Offensichtlich. Okay. Stürb! Elendig! So macht man das. Gold. Zaubertrank. An den anderen habe ich schon niedergemerzelt. Beziehungsweise niedergeschossen. Leider nur Gold. So, jetzt gibt es hier... Oh Mann. Armer Freund. ein Feldgerät. Das erinnert mich irgendwie an... ...Thema-Metall. Die Leute gibt es hier. Mal gucken. Die Hölztür. Ist von der anderen Seite hin öffnenbar. Na gut. Dann gehe ich mit hier durch. Guck mich mal ein bisschen rum. Leise! Die Geber ist tot. Und hier muss ich weitergehen. Hier liegt nichts besser bedeutsames. Gleiche, 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 gleiche. Oh oh. Nein, nein, nein. Zurück, 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 zurück. Ist da jemand? Lassen wir die Spielchen. Okay, lassen wir die Spielchen und gehen von da in den anderen. Okay, die Spielchen sind stark. Moment, da muss ich mal... Wup, 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 wup. FUCH! Oh oh. Wir werden nicht verliehen. Ja, keine... Stop. Was gaffst ihr so? Mein Feuerathronach hat mich selbst umgebracht. Danke! Vielen Dank! Naja, jetzt weiß ich wenigstens... Also ich mach'n kein Eiersgeber. Und dann hier hoch. Aber mal vorsichtig den Zwergenbogen ausrüsten. Ich muss schon mal einen Pfeil anlegen. Moment, da müsste auch gleich einer kommen. Mal ein bisschen näher rangehen an dem Bildschirm hier, damit ich auch was sehe. Wo kommt da keiner? Guck mal, da kommt auch gleich einer. Das weiß ich doch ganz genau. Oh, ganz genau. Ich hätte aber das versehen die Taste ausgelassen. Da ist er. Ja, du bist da. War gleich tot. Oh oh. Ich glaub' der Typ war stärker, oder? Komm, Säbel. Äh, zieh! Mensch. Oh, vielleicht hätte ich noch... Frostblitz wieder ausrüsten. Schuss. Und Leuchttufe! Ja, das hast du ja nicht gerechnet. Gesundheit aufpowern. Und Beschwörung verbessern. Und zwar... Bärring. Frost verstärken. Frostzauber bewirken. Mehr Schaden. Sehr schön. Führe meinen Frostzauber. Tja, das war's mit dir. Besuchen. Und den anderen kriegen wir auch noch schnell Platz. Der steckt ja nicht drin. Eigentlich. Jetzt komm! Stirb! Endlich! Au! Fuck! Da hat mich ihm die Falle gekillt. Ha! Scheiße! Ich hab immer so ein Pech. Jetzt reicht's mir langsam aber auch. Mach ich gleich neue Stufe. Gesundheit. Oder kann ich einhändig vielleicht besser und besser machen? Ähm. Ein Neck, ein Neck. Nein, leider nicht. Leider nicht. Dann würde ich doch mal sagen, Schwerrüstung besser machen. Rüstungsbonus. Wenn du ausschließlich Schwerrüstung trägst. Ne. Was bewirkt das? Unbewaffnete Angriffe. Das ist doch blöd. Dann nehm ich doch lieber, ähm... Das wieder. Frost verstärken. Frost verstärken. Okay. Und diesmal werde ich keine Gnade mit euch zeigen. Ihr Bitches. Obwohl, ich werde erstmal den Zwergenbogen ausrüsten. Ein bisschen schleichen. Leise. Vorsichtig. Lassen wir die Spielchen. Na aber gerne doch. Ich mag sowieso keine Spielchen. Frostbiss. Wer hat hier nicht drauf? Wollt ihr dir wohl sagen. Oh, ist immer nach da oben. Damit die Falle die beiden erwischt. Wäre echt cool, Mann. Da bin ich die Falle rein, Mann. Einer ist tot. Puh. Komm her, Mann. Komm her, Mann. Oh, Mann. Der ist alle herum. Aber das hat ihm auch nichts gebracht. Er ist nämlich tot. Gold. Klar. Abspeichern. Einnehmen. Äh, den hat nämlich nicht gemeint. So. Hey, was geht denn ab, Alter? Was öffnen hier? Oh, Mann. Wie geht denn das auf? Ah, so geht's auf. Wer hat mich jetzt angehegelt? Du etwa? Hätte ich dir nicht empfohlen. Mein lieber Freund. Ey, krass, Mann. Und wer? Oh, oh. Ich hab gar keine Tränke mehr. Ich bringe euch unter die Kerne. Jetzt willst du mal versuchen. Hä? Das gibt's doch nicht. Warum hat der hier in den Krit gelandet? Alter Schwede. Wie macht denn was? Das ist so nervig, ne? Wenn man noch Anfänger ist, dann... Oh, der Katz. Der Katz. Der Katz. Der Katz. Der Katz. Ist da jemand? Ja, hier bin ich. Hallo. Zack. Oh, oh. Zack. Zack. Triff mich nicht. Zack. Zack. Yeah, der freut sich richtig. Mut ist überbewertet. Mut ist überbewertet? Nicht für mich. Ich würde sagen, ich nehme einen Traubertrank. Ich will einen Traubertrank nehmen. Krieger ist einhandwaffenversorgung. Mehr Schaden? Nö, nö, nö. Traubertrank der Gesundheit. Ich will nicht. Traubertrank der Heilung. Sehr gut. Und zack. Warum sind manche so schwach und manche so stark, ey? Voll ungerecht aufgeteilt hier. Egal. Mich soll es nicht stören. So, wieder das Schloss knacken. Nächstes Mal ist es anders. Scheiße. Oh, ja. Hier vielleicht? Nee. Google. Da ist besser. Da so. Hier so. Zack. Okay. Und das noch aufmachen. Mal die Schlösserknackskills ein bisschen schärfen. Mal wieder umrüsten hier. Die Säcke. Sauertrank der Kriegshallung. Rockische Pfeile. Immer gerne mitnehmen. Silberne Hand. Silber Barren. Immer mitnehmen. Pfeile. Immer mitnehmen. Zack. Das mitnehmen. Und oh, hier lebt noch einer. Reden. Reden. Oh nein. Schon wieder Gegner gehört. Ihr entdeckt mich nicht. Vorher schieße ich euch in den Rücken. Oh, das sind viele. Aber schwache dafür. Mal. Oh oh. Oh man, komm her jetzt hier. Du kannst dich nicht die ganze Zeit verstecken. Bis zum nächsten Mal.